Will Smith als rappender Moderator, ein Auftritt von Katy Perry, die First Lady im Publikum. Die Verleihung der Kids Choice Awards an Sänger, Schauspieler, Sportler ist in den USA ein Fernsehritual. Der größte Star ist dabei stets der Schleim. Halle Berry muss diesmal als Erste dran glauben. Heidi Klum und vor allem Nachwuchsschauspieler Chris Colfer erwischt es am Rednerpult. Scheinbar nichts ahnend ließ sich Schauspieler Taylor Lautner von Moderator Will Smith zur Schleimung führen. Michelle Obama hielt die Laudatio für den Zeppelin-förmigen Preis für die große Hilfe. Den erhielt diesmal Taylor Swift für ihr ehrenamtliches Engagement. Ich fühle mich so geehrt, so die Musikerin. Ich wollte sie schon immer mal treffen. Swift blieb ausnahmsweise vom Schleim verschont. Ganz im Gegensatz zu Teenie-Schwarm Justin Bieber. Der nahm erst den Preis als bester Sänger entgegen und hatte dann die Ehre, mit Will Smith das große Finale zu bestreiten.